Das Y-Kollektiv auf Funk hat mal wieder zugeschlagen mit einer recht einseitigen Reportage. Naja, das kennen wir ja durchaus schon. Es geht um eine Webseite, die tatsächlich nicht unumstritten ist. Das kann man schon klar sagen. Nur was Funk daraus macht, das ist teilweise schon ziemlich absurd. Genau genommen geht es um diese Seite hier, Programm. Hier darf jeder, der sich kostenpflichtig angemeldet hat, lustige Bilder und Filmchen hochladen. Aber es gibt auch einen Bereich, in dem pornografische und auch sehr brutale Filmchen zu sehen sind. Zufällig gefilmte Unfälle, Selbstmorde und vieles mehr, nichts für schwache Nerven. Eines sollte man an dieser Stelle aber schon mal betonen. Zufällig gerät man hier nicht in diesen Bereich, wenn man es nicht ausdrücklich wünscht. Eine Alterskontrolle wird durchgeführt. Ein Foto vom Personalausweis muss eingeschickt werden. Vorher gibt es keinen Zugang. Ich habe das selbst ausprobiert. Und wenn man dann tatsächlich so weit kommt, den Porno- und Gore-Bereich zu betreten, wird man nochmals gewarnt. Kinder sind also nicht in der Gefahr, hier zufällig traumatisierende Clips sehen zu müssen. Der Funk-Kanal Y-Kollektiv meint nun aber dennoch, eine skandalisierende Reportage zu diesem Thema machen zu müssen. Überschrift Verstörende Gewalt-Videos von Programmen. Wer schaut sich sowas an? Tja, wer schaut sich sowas an? Dieses voyeuristische Phänomen gepaart mit Nervenkitzel gibt es seit Jahrtausenden. Früher gab es öffentliche Hinrichtungen, heute gibt es das Internet. Auch wenn mir persönlich die besonders brutalen und blutigen Reality-Videos zu weit gehen, so schaue ich mir zum Beispiel auch durchaus mal zufällig gefilmte Unfälle, etwa auf YouTube, an. Man ist noch lange kein Psycho, wenn man solchen zugegebenen Teil schrecklichen Videos auch einen gewissen Entertainment-Faktor abgewinnen kann. In der Y-Kollektiv-Reportage von Carolin von der Gröben, ja, sie ist die Tochter der RTL-Moderatorin und Schwester des Filmschauspielers, werden zwei Personen gezeigt, die ganz sicher nicht repräsentativ für die Masse der Programmnutzer steht. Der eine ist depressiv und der andere konnte über ein Selbstmordvideo nicht lachen, da der Gezeigte ein guter Freund von ihm war. Ich finde Toni voll sympathisch, frag mich aber echt, was das auf Dauer mit einem macht, wenn man so lange solche Videos geguckt hat. Ist das bei dir irgendwie mal Fantasien ausgelöst? Naja, ein bisschen würde ich sagen. Ja? Ja, aber keine Pläne, keine Fantasien halt, oder doch schon Fantasien, das ist schwierig zu erklären halt. Ich habe nie geplant, irgendwen umzubringen, das ist schon klar. Ja, aber man denkt dann schon mal drüber nach, so ja, wie könnte ich das mit dem und dem machen? Und so, oder wie entsorge ich die Leiche am besten oder so? Man fängt dann schon so ein bisschen an, drüber nachzudenken. Man darf nicht vergessen, Toni war depressiv und hat zu diesem Zeitpunkt eigene Erfahrungen verarbeitet. Nicht ungewöhnlich übrigens. Ein Psychologe sagt mir im Hintergrundgespräch, es sei üblich, dass Menschen, die zum Beispiel Gewalt erlebt haben, durch das Schauen der Videos eigene Erfahrungen wieder erleben, nur dass sie dieses Mal die Kontrolle über das Geschehen selbst behalten. Ich treffe noch einen Mann, den ich heute Ben nenne. Sein Gesicht will er nicht zeigen. Sein ganzer Freundeskreis war jahrelang auf Programm unterwegs. Vor ein paar Monaten ist was Schreckliches passiert. Einer seiner Freunde nimmt sich das Leben. Ein Video vom Suizid landet auf Programm, TikTok und sogar Insta. Ben ist elf, als er das erste Mordvideo im Netz sieht. Er erzählt, das Video habe ihn traumatisiert. Ein Psychologe sagt mir im Hintergrundgespräch, dass das durchaus möglich sei. Gore sei wie Russisch Roulette. Es könne sein, dass der Konsum keinen Schaden anrichtet. Das sei aber genauso gut möglich, dass er Traumata und Ängste auslöse. Och ja, die Carolin und ihre angeblichen Psychologen. Wäre ja schön gewesen, wenn uns Zuschauern der ein oder andere Psychologe mal vor der Kamera präsentiert worden wäre. Aber dass das nicht geschah, hatte sein Grund. So Carolin in einem kurz darauf erschienenen Q&A-Video. Wieso kommen keine Experten zu Wort? Nur ein paar Fetzen, Kontext nicht vorhanden. Des Weiteren werden nur zwei Personen gefragt, die psychisch nicht stabil waren. Wieso nicht beides zeigen? Menschen, die damit Probleme hatten und Menschen, welche ohne Probleme geblieben sind. Also das vielleicht nur so zur Hintergrundinfo. Ich habe mit Leuten vom LKA, vom Jugendschutz, mit einem Psychologen gesprochen, der sich auch in dem Bereich auskennt. Und das sind aber alles Dinge, die ich zur Hintergrundrecherche gemacht habe, denen wir aber nicht unbedingt so viel Platz in der Reportage geben. Also wir bauen selten Experteninterviews ein, einfach weil wir ein Reportageformat sind. Ich habe ja ein paar Zitate eingebracht und ansonsten verlinken wir auch immer noch Literatur oder eben Artikel, in denen man sich noch weiter über das Thema bilden kann, wenn einem das interessiert. Ach wirklich? In der Infobox des Reportagevideos habe ich keine entsprechenden Links gefunden. Die sind aber gut versteckt. Und was für ein Argument, in einem Reportageformat sei dies nicht üblich. Natürlich ist es üblich. Denn ich erinnere noch einmal an die Überschrift. Wer schaut sich sowas an? Und als Antwort bekommen wir im Film zwei Personen, die beide eben nicht für die gesamte Programm-Community repräsentativ stehen. Eine Anfrage meinerseits an die Programmverantwortlichen blieb leider unbeantwortet. Aber zumindest habe ich mit Hendrik ein bisschen gequatscht. Der ist nämlich seit Jahren Mitglied der Community und hat sich über die Y-Kollektiv-Reportage sehr wundern müssen. Ja, also grundsätzlich ist diese Reportage aus meiner Sicht sehr einseitig. Es beleuchtet nur diesen kleinen Teil der Community, eben den Not-Safe-for-Life-Bereich. Und ich würde behaupten, den Hauptteil macht dieser Bereich einfach nicht aus. Stark auf dem Programm ist natürlich klar Not-Safe-for-Work. Also alles, was irgendwie in die Porno-Richtung geht. Was allerdings auch sehr stark ist, ist natürlich der Safe-for-Work-Bereich. Irgendwelche Memes oder irgendwelche originalen Contents, wo halt über irgendwelche Dinge berichtet werden. Und grundsätzlich muss ich auch sagen, vielleicht sind die beiden Protagonisten in dieser Doku nicht unbedingt das, ich sag mal, das Aushängeschild der Community. Also Aushängeschild ist vielleicht falsch gesagt. Weil ich damit sagen will, ich denke, nicht alle auf dieser Plattform haben irgendwelche psychischen Probleme, haben nicht irgendwelche Mordfantasien oder fragen sich, ob jetzt Menschenfleisch dunkler, wie hier rinnt ist, wie es in der Reportage gießt. Ich denke, da sind auch sehr viele, in Anführungszeichen, normale Leute unterwegs. In der Stellungnahme, die Programm abgegeben hat, wird ja sogar gesagt, dass dieser eine Typ, so wird er benannt, der mehrmals zu sehen war, ist der Moderation bekannt. Also der ist sogar unangenehm aufgefallen in der Community. Kannst du das bestätigen? Kennst du den? Da muss ich leider passen, bei über 200.000 Mitgliedern oder noch mehr, ist es natürlich schwer, jeden persönlich zu kennen. Gut, okay. Ja, was ja in dieser Stellungnahme auch gesagt wird, ist, naja, wieso? Diese Videos haben ja sogar eine gewisse Abschreckung und man kann große Ereignisse aus einer anderen Perspektive zeigen. Also das wird noch so ein bisschen so hingestellt von Seiten von Brogerm, als wenn das doch sogar was Gutes ist, dass man solche Videos sich angucken kann. Aber in Wahrheit ist es doch eigentlich nur Voyeurismus oder etwa nicht? Das ist eine schwierige Frage natürlich. Also ich finde, mit Voyeurismus hat das relativ wenig zu tun. Jeder kennt das, man fährt an einem Autounfall vorbei und guckt erst mal, was da los ist. Bei diesen Videos, ich denke, da spielt der Faktor Aufklärung auch eine sehr, sehr große Rolle. Es ist so, dass ich denke, in einer aufgeklärten Welt oder in einem aufgeklärten Land wie Deutschland gehört sowas auch dazu, dass wir die Möglichkeit haben, auch mal die Dinge zu sehen, die eben nicht unbedingt allgemein geläufig sind. Ein Blick auf die Kommentare zeigt aber, Aufklärung ist wohl nicht Motiv Nummer 1. Olle lässt sich nageln? Wie damals im Werkunterricht? Der Humor ist geschmacklos, häufig frauenfeindlich, auch rassistisch. Toni argumentiert, das seien nur Sprüche und den Programm würden alle so schreiben. Ich finde es befremdlich. Ja, ich finde manchen Humor auf Funk auch befremdlich. So ist das eben. Aber klar, diese Kritik ist sicherlich noch eine, die am ehesten nachvollziehbar ist. Denn selbst wenn ein Video noch so brutal und erschütternd ist, die Programm-Community hat dazu immer einen lockeren Spruch drauf. Vielleicht auch, um das eigene Entsetzen irgendwie mit bösen Witzen wettzumachen. Nach eigenen Angaben gehen die Macher der Seite seit 2015 massiv gegen Rassisten auf der Seite vor. Aber so ganz frei ist man davon trotzdem nicht. Vor allem, wenn es um die Tags geht. In der Stellungnahme distanziert sich Programme auch natürlich sehr stark von Rassismus und sowas. Und die sagen, damit haben wir nichts zu tun. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wenn so Tags wie Curry-Neger zum Beispiel dort benutzt werden, dann ist das ja eine Form von Rassismus. Das kann man ja durchaus sagen. Die Programm-Macher haben darauf ein bisschen dünnhäutig reagiert und haben dann irgendwie geantwortet, die Frage sei höchst suggestiv und da wolle man jetzt nicht weiter darauf eingehen. Also ist das ein Punkt, den die Doku durchaus hat, dass man sagen kann, naja, wenn ihr jetzt wirklich gegen Rassismus ernsthaft werdet, dann würdet ihr auch solche Texte nicht zulassen. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ja, da muss man weiter zurückgehen zur Flüchtlingskrise, sag ich mal. Wo wir generell in Deutschland einen gewissen Rechtsdruck hatten. Das ist nicht abzustreiten. Den gab es natürlich auch auf dem Programm und ich sag mal, zu dem Zeitpunkt wurden auch die Regeln verschärft, was diese rechtsextremen oder generell extremen Kommentare hochladt oder irgendwelchen Text angeht. Also die wirklich harten Texte oder Kommentare wurden seit dem Verband, sag ich mal. Also Hakenkreuze wurden gepostet oder was in der Art meinst du jetzt? Genau, sowas wird weggelöscht. Das fällt unter den Regelpunkt Nazi-Nostalgie. Den gibt es mittlerweile auch. Finde ich auch richtig, weil, wie du gerade angesprochen hast, es gibt diese Texte wie Curry-Neger oder Sand-Neger. Eben das N-Wort. Und es ist so, dass diese eben nicht verbannt worden sind. Aus einem einfachen Grund, denke ich mal. Es geht immer noch darum, so einen gewissen offenen Humor eben abbilden zu können. Und wie man es jetzt nehmen möchte, so ein Tag wie Curry-Neger ist halt ziemlich kreativ. Und in irgendeiner Form, denke ich mal, dass jeder einmal darüber schmunzeln wird. Und ich denke, es gehört einfach zum Humor dazu. Okay. Es ist ja nicht grob rassistisch gemeint oder spiegelt keine Nazi-Nostalgie wieder oder sonst irgendwas in die Richtung. Oder ich würde jetzt auch behaupten, der hetzt niemanden auf. Also niemand wird jetzt sagen, ja. Man könnte ja auch Curry-Schwarzer sagen oder sowas. Könnte man das N-Wort sein. Warum muss es das N-Wort sein? Das wäre aber nicht so lustig. Ja gut, okay. Das ist ein Argument. Es gibt einen ganz wichtigen Punkt, der ist eben in der Doku völlig unterschlagen worden. Das ist nämlich der Community-Zusammenhalt. Den hast du ja auch schon angesprochen. Deswegen bist du ja auch dabei gewesen. Der ja sogar so weit geht, dass auch Geld gesammelt wird mitunter. Für einen guten Zweck. Zum Beispiel jedes Jahr eine Viertelmillion Euro für oder beziehungsweise gegen Kläden. Für Organisationen, die sich gegen Krebs einsetzen. Kannst du mal kurz erklären, wie es zu dieser Sache überhaupt kam? Ich finde das nämlich eine ganz lustige Geschichte. Ja und zwar gab es da mal einen Krypto-Miner, sag ich mal, der übers Web gearbeitet hat. Heißt also, man hat eine Webseite aufgerufen. Und dann hat der Computer eben Kryptowährungen geschürft. Dieser Skript wurde von einem Programmmutzer entwickelt. Und das hat einen gewissen Reporter, Brian Krebs, auf das Programm aufmerksam gemacht. So, der Brian Krebs hat dann entsprechend einen Blogbeitrag erstellt und hat dabei Namen von Moderatoren und Administratoren frei im Netz veröffentlicht. Die Administratoren und Moderatoren generell das gesamte Team ist eher darauf gedacht, ihre Identität zu schützen. Hat auch was mit diesem Rechtsdruck zu tun. Und das hat der Community eben nicht gefallen, dass jetzt die Namen oder der Brian Krebs die Namen veröffentlicht hat und quasi die Identität preisgegeben. So, und das Programm ist dann auf die Idee gekommen, das mit dem Tag Fick dich Krebs zu kombinieren. Und so ist dann quasi dieser jährliche Spendenrate entstanden, wo dann eben diese viertel Million Euro gegen Krebs gesammelt wird und gespendet. Okay, also man hat sich mit dem Namen quasi den Scherz erlaubt und daraus einen guten Zweck gemacht. Genau. Ein sicherlich nicht ganz unwichtiger Punkt, womöglich sogar der wichtigste. Zusammenhalt, Solidarität, soziales Engagement. Nein, das passt ja nicht zu irgendwelchen Psychos. Und daher hat Caroline von der Gröben das einfach mal komplett unterschlagen. Und sie begründet das auch in ihrem Q&A-Video folgendermaßen. Wieso wurden alle sogenannten Spendenrates vergessen? Dabei wurde alleine beim letzten mehr als 100.000 Euro für das DKMS und auch Kinder aus Pizze gesammelt. Ja, also im Rahmen meiner Recherche wurde mir auch von diesen Spendenrates berichtet. Allerdings war das zu dem Zeitpunkt, als ich recherchiert habe, sehr retrospektiv. Zu der Zeit sind mir keine Spendenquittungen über den Weg gelaufen. Und deshalb habe ich mich auch mit entschieden, das jetzt nicht in den Film zu nehmen. Zumal das sowieso mit meinem Thema eigentlich nicht viel zu tun hatte. Ich wüsste nicht, ich glaube, wenn ich heute den Film nochmal machen würde, würde ich es vielleicht mit reinnehmen. Einfach auch so ein bisschen, um zu beweisen, dass es mir nicht darum ging, irgendwie das bewusst wegzulassen. Sondern, dass ich da irgendwie einfach keine Connection zu dem gesehen habe, was ich da gerade thematisiere in meinem Film. Was ja eher ein Zeichen dafür ist, dass sie den Spirit von Programm überhaupt nicht verstanden hat und lieber ordentlich draufhauen wollte. Hendrik jedenfalls kann das mit der großen Solidarität bestätigen. Er selbst hat sie kürzlich sogar erlebt. Also im Juni dieses Jahres habe ich eine Datenlücke gefunden und gemeldet an das jeweilige Unternehmen. Und zeitgleich haben wir das natürlich auch veröffentlicht, weil es waren 700.000 Endverbraucherdaten von dieser Lücke betroffen. Wer ist wir? Ich und Marc Steier. Marc-Steier-Wortfilter.de Okay. Der hat das veröffentlicht. Daraufhin habe ich von dem Anbieter vermutlich eine Anzeige bekommen. Und die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und Mitte letzten Monats, heißt also im September, habe ich eine Ausdurchsuchung bekommen. Heißt, mir wurden einfach von heute auf morgen alle Arbeitsgeräte, Mobiltelefon, Backups, alles abgenommen. Und ich konnte von heute auf morgen nicht mehr arbeiten. Viele Dinge gehen natürlich auch mit der Ersatzartware, aber einige halt nicht. Heißt, ich war in diesem Moment nur eingeschränkt fähig zu arbeiten. Heißt, ich konnte meine Miete, meinen Lebensunterhalt, das konnte ich alles noch zahlen. Nur jetzt kamen noch andere Kosten auf mich zu, wie zum Beispiel der juristische Beistand, irgendwelche Fahrtkosten, beispielsweise zum Juristen. Sollte es vor Gericht gehen, kommt das auch noch hinzu. Und ich habe das quasi in der Community gepostet. Irgendwann oder häufig habe ich dann den Kommentar gesehen, jetzt schickt doch mal einen Spenden-Link. Und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, ihr habt einen GoFundMe-Link. Machen wir mal als Ziel 2000 Euro. Der Anwalt 1500, dann vielleicht noch ein paar Spesen, 500. Und sollte ein bisschen mehr was bei rauskommen, dann spende ich den Rest an die Kinderkrebshilfe Deutschland. Und innerhalb von einem Tag waren wir bei fast 5000 Euro. Und ich kriege so heute noch ein paar Benachrichtigungen, dass immer noch Spenden reinkommen. Das ist einfach unfassbar, die Solidarität. Und darüber hinaus, klar, das Geld auf der einen Seite war, aber auf der anderen Seite ist man nach so einer Aktion natürlich erstmal ein bisschen geknickt. So eine Ausdurchsuchung ist natürlich nicht ohne und der ganze Stress rundherum. Und da hilft die Community natürlich auch ganz gut. Also man kriegt Zusprüche. Also sie machen sich über dich nicht lustig in dem Fall? Nein. Da sind wirklich nur ernsthafte Kommentare gekommen. Klar, der ein oder andere sagt auch, soft der Uhrensohn oder sonst was. Das lässt sich nicht vermeiden. Das passiert in so einer Community. Man hetzt natürlich auch gegen sich selber in gewisser Weise. Das sind natürlich Einzelfälle. Noch ein Punkt. Es gibt ja in Program auch so Selbstmordvideos. Jemand, der sich vom Ulmer Münster gestürzt hat. Wobei das wohl auch in anderen Seiten zu sehen war. Das wurde auch gelöscht dann von Program. In der Stellungnahme von Program heißt es, man habe sogar Selbstmörder gerettet. Auf diese Art und Weise. Was ist damit gemeint? Kennst du da ein Beispiel? Ich kenne jetzt kein Beispiel. Ich kann dir aber sagen, was ich vermute, was damit gemeint ist. Auf der einen Seite, klar, es schreckt ab, wenn man sieht, wie so ein Selbstmord abläuft und wie Menschen teilweise dabei leiden. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite gibt es im Program mittlerweile auch die sogenannten Community Helper. Wenn irgendjemand Liebeskummer, Probleme psychischer Art oder sonst was in der Richtung hat, dann gibt es andere Polar, die das natürlich lesen in den Kommentaren entsprechend und den Community Helfer einmal verlinken. Das ist erst mal ein Bot und dann schaltet sich quasi ein Community Helfer genau an der Stelle ein und kann quasi mit dem Benutzer über seine Probleme reden. Das ist bei Weitem natürlich keine psychologische, fachliche Unterstützung, aber es hilft schon mal. Um es also zusammenzufassen. Sicherlich ist Programm in Teilen verstörend, aber es gibt eben auch die andere, die solidarische Seite. Die Community ist speziell. Sie hat einen harten, bitterbösen Humor. Aber bitteschön, wem das nicht gefällt, der muss sich ja dort nicht anmelden. Dass sich nach dieser recht einseitigen Reportage die Community auch über Carolin von der Gröben lustig macht, ist dabei nur konsequent. Und ja, es ist auch hier sehr hart und teilweise beleidigend, aber auch lustig. Unter dem Q&A-Video zum Beispiel hat der Kommentar die meisten Likes, der sich darüber aufregt, dass Carolin die arme Pflanze im Hintergrund im Fenster eingeklemmt hat. Ansonsten würde ich noch auf einen Kommentar eingehen wollen, weil der auch öfters kam. Und zwar wurde oft geschrieben, dass meine Haare so fettig seien. Frau Vetter war auch ein beliebter Tag. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, es ist so, dass ich meine Haare nachts mit Olivenöl einweiche. Allerdings wasche ich das morgens immer einmal mit kaltem Wasser aus. Insofern kann das eigentlich nicht sein, dass meine Haare fettig sind. Naja. Die Mediathege bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender MassengeschmackTV. Es lohnt sich also zu abonnieren. Jetzt 14 Tage kostenlos testen. Jetzt 15 Tage kostenlos testen. Vielen Dank.